Musik Wir machen mehr wie andere und dadurch sind wir erfolgreich. Das zeichnet uns aus und das ist unser Erfolg. Wir machen keine Preiswerbung. Das ist für uns ganz wichtig, da wir den Aldi nebenan haben. Damit können wir nicht rumpfen. Für uns ist wichtig die Qualität, die Frische. Die offene Theke trägt natürlich ihren Teil auch dazu dabei. Der Kunde hat Einsicht, was wir hinten machen, wie wir es machen. Wir haben jede Woche eine weinende Woche, den wir zu unseren Artikeln anbieten. Gleichzeitig haben wir japanische Messer an der Theke, Essig, den den Kunden jede Woche empfehlen. Wir machen sehr viele Spezialitäten. Selbst. Wir entwerfen sie auch selbst im Team. Wir probieren sie aus. Unser Liebling ist zum Beispiel Schweinefilet Napoli. Das wird mild gepökelt und heiß gegart. Das ist unsere Empfehlung. Das ist mein Liebling. Musik 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 Musik